Musik Das neue Chaos GmbH Mitglied Nitapo ist zukünftig auch Bürgermeister der Stadt Nouveau-Villiers. Dieser möchte sich allerdings dazu noch nicht persönlich äußern. Er wohnt in einem Gebäude in der Nähe des Westbahnhofs der Stadt. Die Baustelle im Norden der Stadt geht voran. Erste Bauarbeiten für den Bahnanschluss sowie für Straßen sind bereits in Gange. Dabei ist auch zu beachten, dass selbst die Teile der Stadt, die im Gebirge liegen, mit Straße und Bahn angebunden werden müssen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017